Ich wünsche dem Haus auf Wann, dass es sich mit Leben füllt, dass viele, viele Menschen kommen und an diesem Haus zusammenkommen und miteinander und voneinander lernen. Ich wünsche dem Haus Frieden, dem Haus auf Wann, denn darum geht es, dass dieses Haus zeigt, die großen Religionen, Judentum, Islam, Christentum können miteinander in einem Haus in ihrer Weise beten, füreinander und voneinander lernen in diesem Beten. Es ist ein Bet und es ist ein Lehrhaus und beides soll in diesem Hause wahr werden. Judentum, Christentum, Islam, das zeigt für uns heute auch, in der Vielfalt des Glaubens, in der Vielfalt der Religionen liegt ein großer Reichtum und in dem Vertrauen darauf, dass es ein Gott ist, der uns alle zusammenhält in diesem Haus auf Wann der verschiedenen Religionen, Frieden und die Fülle und Gottes Segen wünsche ich dem Haus.